Und es war hoch emotional, wunderbar zu sehen, wie diese junge Frau trotzdem katastrophalen Unfall mit vielen, vielen, vielen Problemen in ein sehr fröhliches, produktives, gesundes Leben zurückgefunden hat. Ein Mann gefunden hat, die hat jetzt auch Kinder. Also das ist einfach grossartig. Und dass sie mich dort noch hergebetten hat und dass wir uns dort umarmen konnten, das war einfach fabelhaft. Allegra, hier ist der Podcast mit gesundem Bündnerverstand präsentiert von ÖKK. Mein Name ist Fabio Ney, freut mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute, nämlich die Bündner-Persönlichkeit vom Jahr 2021. Und zwar ist das der ehemalige Star-Chirurg Martin Meuli. Es freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns, bei Allegra. Allegra sage ich da auch dazu. Ja, das passt hervorragend. Freut mich, dass du da bist. Und man muss ja sagen, du bist in Chur aufgewachsen, dann in jungen Jahren, aber schon auf Zürich gegangen, hast du auch eine Zeit in den USA gelebt gehabt. Und jetzt bist du tatsächlich wieder zurück zu deinen Ursprüngen, sozusagen Bündner-Persönlichkeit des Jahres 2021. Was bedeutet das für dich? Also ich habe eine grosse Freude, dass das passiert ist. Ich hatte schon grosse Freude, als es geheißen, ich sei nominiert. Und habe dann gedacht, ja, jetzt warten wir mal ab, wie das da mit dieser Abstimmung rauskommt. Und ich habe dann eben Bescheid gekriegt, dass das eigentlich mit einem schönen Abstand zueinander vier offenbar geraten ist, die Wahl quasi zu gewinnen. Und das hat mich sehr gefreut, weil das ist etwas, wo eigentlich die grösste und die schönste, voluminöseste quasi Auszeichnung ist, neben all den medizinischen Dingen. Da gibt es auch Preisen und Auszeichnungen irgendwelcher Art. Aber das ist etwas, wo eine sehr gesamthafte Würdigung ist und wo eine Wertschätzung ist von der Person, von der Arbeit, die man gemacht hat, vom Lebenswerk, wenn man so will. Und das ist mir sehr viel wert. Und dass quasi Graubünden mich da irgendwie für einen kleinen Moment ins Zentrum stellt, ist eine sehr sympathische Schwester gewesen, die ich genossen habe und immer noch geniessen habe. Eben einmal Bündner, immer Bündner. Wir möchten über dein Leben reden, die spektakulär ist. Du hast Errungenschaften im Operationssaal gehabt. Du hast sehr eng auch immer mit deiner Frau zusammengearbeitet, die ebenfalls Ärztin war. Und du bist vor allem auch jetzt im Kulturbereich sehr engagiert. Und eben das alles, hätte ich gesagt, hat dann auch zu der Bündner Persönlichkeit des Jahres geführt. Ja, ich habe es angehört. Bekannt worden bist du als Spitzenchirurg, als Direktor der Chirurgischen Klinik am Kinderspital Zürich. Du hast dort unter anderem ein Baby operiert, obwohl die noch im Bauch der Mutter drin waren. Durch das bist du auch wirklich weltbekannt worden, eine bahnbrechende Operation. Aber angefangen hat eigentlich alles auf der Verbrennungschirurgie. Und ich habe ein Interview mit dir gelesen, wo du am Anfang gesagt hast, so, der Martin Meuli, der muss jetzt in Verbrennungschirurgie, bist gar nicht zufrieden gewesen. Ja, das ist so. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das war. Ich bin ins Kinderspital gekommen und habe natürlich irgendwie träumt davon, dass man da die grossen Operationen macht, im Bauchraum, im Brustraum, im Kopf usw. Und nachdem ich dann ein Jahr dort gewesen bin, sind die Dökter, das sind zwei gewesen, die sich da hauptsächlich mit der Verbrennung beschäftigt haben und wo bereits dort ein kleines Verbrennungszentrum aufgebaut haben, was eigentlich pionierhaft gewesen ist, dann hat da der Chef, mein Vorgänger, der Professor Staufer, irgendwie zwei von den ganz alten Kollegen die Verbrennung übergeben wollen. Und die haben beide Nein gesagt. Und nachher hat er gesagt, gut, also der Meuli geht dort hin. Und dann habe ich gedacht, oh, 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 das kommt mir vor, vielleicht so ein bisschen wie ein Stumpengleis, oder jedenfalls, es ist nicht so eine ganz grosse Bühne. Genau, und das muss man eben sagen, es hat sogar eine Weile als nicht so richtige Chirurgie geholfen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die Operationen waren irgendwie erst gegen Abend, was schon heiss war und so. Und wie war es denn, als du da kamst? Also, als ich dort angekommen bin, habe ich mich mit den Leuten dort ins Vernet gesetzt. Ich habe als Assistent schon mal dort gearbeitet, ich habe die schon gekannt, ich habe auch gewusst, mit denen lässt sich etwas machen. Und dann habe ich eine Vision entwickelt, dass man dieses Verbrennungsstation, wo es noch irgendwie so ein bisschen war, in ein Zentrum für verletzte Kinder am Universitätskinderspital entwickelt, so benennt und habe den Leuten gesagt, dass ich gerne möchte, dass wir Spitzenleistungen erbringen im ganzen Team. Jede Figur ist wichtig. Und habe auch vorgehalten, und das dann weitgehend realisieren können, nach Amerika zu gehen und dort, vor allem an der Ostküste, in die ganz grossen Verbrennungszentren zu gehen, mich mit diesen Chefen dort und mit diesen Starfiguren, die wirklich schon sehr bekannt sind, auszutauschen, um irgendwie quasi einen modernsten Standard von Kinderverbrennungsbehandlung herzuholen. Dann hast du das gemacht, du bist in den USA unter anderem gegangen, hast du dort das ganze Wissen aufgesaugt, hast du dort, wo du zurückkam bist, in Zürich neue Massstäbe gesetzt. Was würdest du sagen, was sind so die grossen Fortschritte, die man bei dieser Verbrennungs- oder auch Verbrühungskirurgie mitprägen konnte? Also einer von den Punkten ist gewesen, dass man ein sehr grosses Gewicht in Amerika, richtigerweise darauf gelegt hat, dass die schwerbrämmverletzten Kinder ein ganzes Team braucht und zwar nicht so zufällig zusammengewürft hat, sondern sämtliche Teammitglieder, das ist irgendwie so 12, 13, 14, 15 Leute, die es da braucht. Das müssen spezifisch ausgebildete, erfahrene, kommittierte Leute sein. Das habe ich dort dann irgendwie probiert zu implementieren und das ist auch relativ gut gelungen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber im Laufe von ein, zwei, vielleicht drei Jahren lässt sich da ziemlich viel machen. Und die zweite Neuerung ist die, dass wir angefangen haben, sehr viel radikaler, aggressiver, früher die Kinder operativ behandeln, wo man gesehen hat, das wird auf eine Operation hinauslaufen. Also nehmen wir ein Beispiel. Vielleicht ist es gerade ein sehr extremes, aber es ist eines, was ich gelesen habe. Du hast ein Mädchen gehabt, man muss sagen, es war nicht mehr Kind mit Verbrennung, also schrecklich, die Bilder, wenn ich es mir vorstelle, es ist grausam. Ein Mädchen, wo 80% der Haut verbrennt, und das ist zu dir gekommen. Und was macht man dort? Also eben im Anfangsbereich muss man sehr gut darauf schauen, dass die lebenswichtigen Funktionen wirklich gut funktionieren, respektive maximal unterstützt werden, wenn sie in Mitgliedschaft gezogen sind. Und das ist relativ häufig der Fall. Und das ist so eine Phase, die geht 24 bis 48, vielleicht einmal 72 Stunden. Nachher müsste eigentlich eine Stabilisierung da sein. Und dann ist bereits angesagt, verbrennte Haut, die man sieht, die ist nicht von selber heilungsfähig, wegzuschneiden, weil wenn die vom Körper bleibt, ist sie sehr schädlich. Die macht die Patienten krank und bringt sie am Schluss sogar um. Also man muss wirklich anfangen, frühzeitig all das abgestorbenes Gewebe wegnehmen und mit eigener Haut transplantieren, sofern die vorhanden ist. Und bei so 80% ist natürlich der Rest des Körpers nicht viel. Mit 20% 80% decken, das ist ein Kunststück, das man nicht einfach so herbringt. Und darum gibt es dann so Zwischendeckungen und eine Menge Methoden, wo man irgendwie das ein bisschen herträchseln kann, dass es im besten Fall dann noch geht. Und der beste Fall ist leider auch nicht immer so häufig. Also 80% kann man auch gut daran sterben. Absolut. Also eben, das ist natürlich ein sehr schweres Beispiel, aber es zeigt, was du dort für Arbeit geleistet hast. Du hast es angetönt, ihr habt dann mehr als Team angefangen zu arbeiten, so richtig grosse Team an so schweren Fällen. Wie ist es? Hast du heute noch jetzt eben zum Beispiel von dem Mädchen oder auch andere Fälle die Bilder, die dir vor den Augen noch durchgehen oder ist das vergessen gegangen? Also es ist definitiv so, die ganz schweren Fälle und da haben wir halt leider Gottes zwei, drei pro Jahr gehabt, also etwa 70, 80, 90%. Die gehen nie vergessen. Es gibt auch kleine Fälle, die aus irgendwelchen Gründen nie vergessen gehen, aber die schweren gehen nie vergessen, weil das ist eine wochen- und monatelange harte Arbeit mit auch viel, viel emotionalem Investment, was man machen muss, um das Team bei den Stangen zu halten, um sich selber auch irgendwie energetisch, das ist eine Marathon-Angelegenheit, oder? Bei Kilometern 20 geht es noch mal, 22. Und dort muss man irgendwie schon in der Lage sein, die entsprechenden Ressourcen zu mobilisieren. Und natürlich auch die ganze Umfeldproblematik, die Kinder haben ja meistens Eltern und eine ganze Familie, die müssen auch mitbetreut werden, weil sie natürlich sehr schwer in die Mitgliedschaft zogen, psychologisch, kräftemässig. Es ist eine grosse Krise für die ganze Familie. Also das sind Sachen, die definitiv eine Spur hinterlassen für immer. Und der zweite Punkt ist, mit einigen von denen habe ich heute noch eine lockere, freundschaftliche Bezüchung. Also wir telefonieren, wo man sich gratuliert zum Geburtstag, wo man das eine oder andere Fettel hin und her schickt, wo man sich auch mal trifft, wenn die Gelegenheit gerade da ist, für einen Kaffee oder für ein Nachtessen, für eine Pizza oder so. Und zum Beispiel das Mädchen, das du erwähnt hast, mit diesen 80 Prozent, die hat, Sarah heisst sie, das darf man sagen, das steht überall in der Presse und so weiter, die liebe Sarah hat mir einen schönen Tag angehört und gesagt, Martino, ich will dich heiraten und zwar musst du dabei sein bei der Hochzeit. Und er hat gesagt, ja, also wenn ich dann das richten kann, ist das mir eine grosse Ehre und ein Vergnügen. Und dann hat sie ihr Hochzeitsdatum nach meiner Agenda platziert und gesagt, gut, dort, ich mache es dort und du versprichst mir, dass du dort nie einen anderen scheren gehst, sondern kommst. Und dann, wie ist es gewesen? Dann hat er gesagt, wenn ich nicht gestorben bin, dann bin ich dort in der Kirche und so wäre es. Und es ist hoch emotional zu sein, wunderbar zu sehen, wie diese junge Frau trotzdem katastrophalen einen Unfall mit vielen, 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 vielen Problemen in ein sehr fröhliches, produktives, gesundes Leben zurückgefunden hat. Ein Mann gefunden hat, die hat jetzt auch Kinder. Also das ist einfach grossartig. Und dass sie mich dort noch hergebetten hat und dass wir uns dort umarmen konnten, das war einfach fabelhaft. Dann bist du in der Verbrennungskirurgie tätig gewesen, hast du dort Spitzenleistungen erbringen und hast plötzlich gewechselt. Für die Allchirurgie hat es neu geheissen. Den Übergang müssen wir glaube ich ein bisschen genauer anschauen. Wie ist das gegangen vom einen Fachgebiet in ein anderes Fachgebiet oder hat es vielleicht mehr miteinander zu tun, als ich es erwarten könnte? Also eigentlich ist das Ganze sehr eng mit der Verbrennung verbunden. Weil in der Verbrennung, wenn dann das alles einmal geheilt ist, aber Transplantationen gibt es immer sehr viel grusige, funktionell störende Narben, dass man sich nicht richtig bewegen kann. Es klingt furchtbar aus, es tut weh, es beisst usw. Und mit dem bin ich die ganze Zeit sehr konfrontiert gewesen und es hat mich gedacht, das kann doch so nicht einfach weitergehen das ganze Leben mit solchen furchtbaren Narben. Und dann habe ich gehört davon, dass in Amerika, in San Francisco ein Team herausgefunden hat, dass Föten, also die Ungeborenen, die Hut, wenn die kaputt geht, irgendeines Vieh, heilt ohne Narben. Und das hat mich sofort elektrisiert. Da habe ich gedacht, aha, dann muss man dort hergehen und schauen, wieso das so ist. Und dann muss man irgendwie versuchen, die fötale Heilungsart, diese wunderbare, narbenfreie Heilungsart, zu übertragen auf die Situation nach der Geburt. Das ist zwar nicht so ganz gut gelungen, das ist, glaube ich, auch nicht möglich, muss man eine heutige Perspektive sagen. Aber dort in San Francisco Mecca der fötalen Chirurgie haben wir dann plötzlich von einem Professor aus Baltimore einen interessanten Hinweis gekriegt, bezüglich Föten mit Spina Bifida, dass dort offenbar wahrscheinlich während der Schwangerschaft auch schon gewisse Schäden passieren. Und das hat mich dann zweites Mal elektrisiert. und das hat dann den Anstoss gegeben für die Fötalchirurgie, wo wir an Lämmer, Fötalen, Lämmer ausprobiert haben, wie sich die Offenrücken Problematik eignet für eine allfällige vorgeburtliche Therapie versus eben nachgeburtlich. Und das hat funktioniert und aufgrund von dem Anstoss und Eröffnung von dem Thema wurde dann schlussendlich auf den Menschen übertragen und heute ist das die häufigste Operation, die man vorgeburtlich macht, die häufigste und gleichzeitig einzige mit dem offenen Rücken. Also auch dort merkt man es wieder, bist du den extra Weg gegangen, du hast das irgendwann gehört, hast du den Hinweis von dem Professor gekriegt und hast dich dann reingepissen. Auch das zäugt sich durch und irgendwann, jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung, war es so, dass du die erste Operation hier in der Schweiz durchgeführt hast, in Zürich, im Unispital. Wie war die erste Behandlung eines Kindes, das noch in der Mutter drin ist und den offen Rücken hatte? Wie war die Operation? Also ich muss sagen, von der Hintergrundsituation her hatten wir eine Partnerschaft mit diesen Kollegen von damals Amerika, San Francisco, die sind mittlerweile nach Philadelphia gegangen und wir hatten mit denen eine Partnerschaft, die heisst, wenn wir bereit sind und wenn die die ersten Studien fertig haben und man sieht, jawohl, das funktioniert, dann würden die uns helfen. Und so ist quasi die Aufregung vor der allerersten Operation in der Schweiz von uns vom ganzen Team und so weiter relativ klein gewesen, weil einer der besten Vatalchirurgen von den ganz wenigen, die es damals gab, von Philadelphia zu uns kam und der geholfen. Der hat nicht die Operation gemacht, sondern hat uns assistiert, hat uns gebrieft, hat uns gesagt, das machen wir, das machen wir nicht, das ist gefährlich, das ist okay, und so weiter und so weiter. Und mit dieser Führung ist man natürlich ganz anders unterwegs, als wenn man das jetzt ganz allein macht und alles hängt von einem so ab. Und das ist gelungen, oder? Es ist gut gelungen, das war überhaupt kein Problem in einem gewissen Sinn. Und dieser Typ, Professor Fleck, der ist zehnmal in der Schweiz gekommen, elf Operationen gemacht, unter seiner Begleitung, am Schluss war er nicht einmal steril, sondern im Operationssaal gewesen, hat mit den Schwester geschäckert und zwischendurch geschaut, gesagt, es ist okay, es ist okay, gehen, und so weiter. Und nachher irgendwann hat er gesagt, so, jetzt komme ich nicht mehr, jetzt fliegt ihr allein. Und dann war der nächste Fall , sure enough, und wir sind alleine geflogen, gestartet, geflogen, gelandet. Und das jetzt beinahe ist das dann mit der Zeit Alltag geworden. Für mich, als ich das gelesen habe, muss ich sagen, ich kann mir das fast nicht vorstellen. Du schneidst in meinem Skalpell, in die schwanger Frau hineingehst, ganz rein, wo das Baby ist, und führst dort eine Operation durch. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wie ist das, wenn man mit so einem scharfen Skalpell so jungen Leben, das war glaube ich im sechsten Monat, wie ist das Gefühl, wenn man so aufpassen muss und so filigran wie bei dieser Operation? Du hast absolut recht, es ist eine sehr anspruchsvolle Operation, weil die Föten sind ungefähr so groß und sind 500 Gramm schwer. Also du zeigst es gerade für die, die nur los sind. 150 Gramm schwer und die Zonen am Rücken, die offen ist, operieren, die sind nicht immer gleich gross, aber zwischen zwei und fünf Fränkler in der Fläche und da muss natürlich mit der Luppenbrille und mit absolut äusserster mikrochirurgischer Sorgfalt die Operation machen und den Rücken zu machen, ohne den Rückenmark zu beschädigen. Wir hatten in Amerika mit den fötalen Schafen viel Erfahrung gehabt, weil die sind punkto Grösse, punkto Gewebsart und so weiter sehr den menschlichen Fötern vergleichbar und dort hätten wir auch sehr sorgfältig sein, sonst wäre das nie geraten. Und der zweite Teil ist, als Kinderchirurg, der vor allem auch Neugeborene operiert, haben wir schon mit solchen kleinen feinen Winzlingen zu tun, die ein sehr feines augengesteuertes operieren, mehr als Hand. Da habe ich meinen Assistenten gesagt, wir operieren mit den Augen, nicht mit den Pfoten. Das ist schon etwas, das man im Blut hatte und das ich auch im Blut hatte. Da hat mir auch sehr Spass gemacht, so zu operieren, bevor die Fötalkergie kam. Ich wurde nicht in neues, kaltes Wasser hineinschmissen worden, sondern ich habe mich in diesen Umwelten wohlgefühlt. Für jemanden wie mich ist es etwas unvorstellbar, so eine Operation, aber für war es natürlich ein Herrentasten duzende Mal gemacht und von dem man auch die Operation in eine Routine gekriegt und trotzdem ist es noch ein schwerer Eingriff. Das ganze Umfeld ist dort, die Eltern sind dort, die haben Angst, es ist eine sehr schwere Operation, du hast es gesagt gehabt. Wie sind die Emotionen, wenn es gelungen ist, bei einem Kind zu heilen, diesen offenen Rücken? Es ist so, bevor die Operation anfängt, gibt es eine gewisse Grundspannung, das ist mehr als wenn man einfach beim Kaffee sitzt, definitiv. Man muss da viele Sachen checken und sich einrichten, das ist wie vor einem grossen Flüger abpflückt, das ist nicht ganz einfach. Und nachher, wenn die Operation anfängt, ist es schon so, das ist eine Angelegenheit, die sehr still verlauft, keine lauten Töne, sehr pacifig verlauft, langsam und sorgfältig, nicht hauert schnell, schnell. Und während der ganzen Operation ist diese kondensierte Konzentration bei all den Leuten, die mitmachen, vorhanden. Wenn die Operation fertig ist, haben wir uns immer die Hand gegeben, das macht man sonst nicht beim Operieren. Das haben wir als Tradition gemacht, das ist eine emotionale Geste, das ist eine Team Geste, das ist eine Verbindungsenergie, die ich finde, etwas Gutes und ich glaube, meine Kollegen und Kolleginnen und Freunde finden das auch. Und es ist natürlich auch so, weil praktisch alle Operationen gut gehen prinzipiell, ist es natürlich nachher auch eine sehr positive, schöne, warme Emotion, wenn man sofort rausgeht und zum Papa geht, der draussen wartet. Da haben wir immer bestellt, wo man gesagt hat, jetzt geht es noch 10 Minuten oder so. Da haben wir den Papa bestellt, der ist draussen in einem speziellen Räumchen. Da bin ich reingegangen und habe praktisch immer so zwei Tümer zeigen. Bevor ich ein Wort gesagt habe, hat man schon gemerkt, wie der sehr Spannung abgekett ist. die Unsicherheit abgekett ist. Dann haben wir die genau informiert, wie die Operation ging. Das sind emotionale, schöne Momente, ohne Zweifel, die auch dazu gehören. Deine Frau ist ebenfalls Ärztin. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben ihr nächtelang Bücher gewälzt und Ideen ausgeheckt? Was ist so Ihr Beitrag gewesen, respektive auch Dein Beitrag, dass es zu Spitzenoperationen gekommen ist? Also die konzeptionelle Arbeit, wie man experimentell gestalten und herausfinden müsste, wie das mit einer offenen Rücken tatsächlich ist und eben nicht eine Fairbildung ist, die für eine vorgeburtliche Operation qualifiziert, war eigentlich meine Arbeit. Die habe ich schon mit meiner Frau ausgelost, aber von der Idee her war, das war meine Sache. Sie als plastische und rekonstruktive Chirurgin auch mit diesen Fragen nichts zu tun hatte. Ich mit offenem Rücken nach der Geburt die ganze Dritte zu hatten, die Fette kamen zu Kisper. Es ging darum, den Operationsschritt zu planen, für die Experimente, die es brauchte, um der ganze Sache nachzugehen. Meine Frau zunehmend eine wichtige Rolle gespielt und sie war im Moment, in das richtig los gegangen, war voll dabei bei dem mikrochirurgischen Fötal-Team, das die Chef operiert hat. Und die schwierigsten Schritte, feinsten, die es quasi als pionierig war. So ist es. Und ich denke, ohne dass sie das nicht mit der Virtuosität, die sie tatsächlich hatte, wenn das nicht so gewesen wäre, wäre die ganze Geschichte möglicherweise nicht gelungen. Wir wissen es natürlich nicht ganz genau, aber ich vermute stark, dass es schon so war, dass es quasi ein Mastermind gebraucht hat, konzeptionell hinter dieser Geschichte. Und das war ich. Und nebendran auch a very good mind, aber a master hand gebraucht hat, die die schwierigsten Schritte bei den Chefsvotten ausgeführt hat. Und das war meine Frau. Und so muss man sagen, jawohl, unter dem Strich ist es ganz klar so, dass wir hier ein Paarleistung, eine Teamleistung, eine duale Leistung erbracht haben, die dazu geführt hat, dass man heute auf der ganzen Welt an den wenigen Orten, vorgeburtlich operiert. Das stelle ich mir als etwas sehr Schönes vor, weil wir haben ja bis jetzt immer über alle positiven Fälle geredet, aber in der Medizin ist es so, es passieren auch Fehler, es passieren Sachen, die niemand vorhergesehen konnte, auch Schlimmere, ich habe in Interviews gelesen, dass auch bei dir nicht ganz alles gut gegangen ist, leider, aber es ist halt so, ist das eine Hilfe gewesen, dass sie auch Ärztin ist und ihr euch dann gegenseitig so gut hat ausgetauschen können? Also definitiv, die beiden Laufbahnen, die wir gemacht haben, die waren sehr parallel, irgendwie Spezialisierung, Facharzt, Amerika, Forschung, Habilitation, Chefarztstelle, Professoren usw. Das ist irgendwie so. Mehr oder weniger gleichzeitig ist es da für beide die Stegen aufgegangen und das ist nur möglich gewesen, weil man gegenseitig sehr viel Verständnis gehabt für die vielen Opfer, die wir müssen bringen, weisst, am Wochenende zu arbeiten, Nacht, die, eine Stunde oder oder so. Also der Weg ist dann alles andere als einfach und so halb gratis gewesen, sondern das ist natürlich viel Talent, glückliche Umstände, aber ganz, ganz, ganz viel harte Arbeit, langen Atem und auf dem Weg ist es natürlich ideal, wenn eine oder die Person, die dir überhaupt am nächsten steht im ganzen Leben, gleichzeitig auch noch ein Sparring-Partner ist, der sehr genau weiss, von was man redet. Absolut. Und das war bei uns eigentlich durchspannten Fall, obwohl wir nicht jeden Tag, stundenlang über diese Sachen gesprochen haben, aber es war immer die Bereitschaft da und im Moment, wo es das gebraucht hat, ist die Gegenseite da gewesen und man konnte sich quasi in dem Thema verbinden. Was interessant ist, und das habe ich auch gelesen in Interviews, aber du hast dir das Leben lang den Kindern gewidmet, eben mit schweren Verbrennungen am Anfang in der Fötalchirurgie, aber selber haben die zwei keine Kinder und wenn ihr es richtig gelesen war, war das ein bewusster Entscheid. Das ist interessant. Ich kann dir genau sagen, wie das war. Initial, als wir uns kennengelernt haben, da sind wir jungen, meine Frau ist 22, 24, wir haben uns im Studium kennengelernt, wir müssen das Studium fertig machen, usw. Und dann ist die Spezialisierung gekommen, die Deko Forschung, die Deko akademische Karriere, gehen wir nach Amerika, ja wir gehen, wir gehen zusammen. Beide hatten eine sehr gute Forschungsstelle. Also dort wurde es auch wieder einfach geschafft, von morgen bis am Abend. Und wir sagten, ja, wir müssen schauen, wegen den Kindern, wir sind nie in der Meinung, keine Kinder, sondern es war irgendwie schwierig, den richtigen Moment zu identifizieren. Und ein schöner Tag kam dann schon auch in Diskussion und jetzt sind wir beide fortgeschrittene Forscher und auch schon ein bisschen in einem fortgeschrittenen Alter und jetzt gehen wir beide nach Zürich zurück, haben dort höhere Positionen als vorher und so weiter und so weiter. Wann ist dann der Moment für allfjährige Kinder? Ja, vielleicht kommt der Moment gerne so richtig ideal. Und dann sind es halt keine. Wie man gesagt hat, was nicht sollt sein, Kinder zu haben, nicht so richtig Eltern haben. Was auch nicht sollt sein, dass jemand für uns die Fortsetzung der Laufbahn aufgeben, die schon so weit gediehen war, so viel investiert worden war, was irgendwie auch wirklich erfolgreich war. Das ist keine schade, wenn das plötzlich einfach abbricht, oder? Und dann ist quasi es ist ja dann jemand, wahrscheinlich am ersten Frau, und ich sagte, das will ich nicht haben, aber ich sage dir, ich will auch nicht zurück stehen. Und so ist es dann plötzlich so, dass wir gesagt haben, los. Keine Kinder ist auch ein schönes Leben, wir haben unsere Freunde, unsere Passionen, und so weiter, und so weiter. Und wir haben eine Lebenserfüllung, die viele Menschen haben, und auch sehr wichtig ist, die Kinder zu haben. Die haben wir nie. Aber das können wir akzeptieren, und so war es dann auch. Und es ist so, du hast ja sozusagen dein berufliches Leben den Kindern gewidmet, du hast so viele Kinder durch die Operation am offenen Rücken erspart, dass sie in den Rollstuhl reinkommen und so viele ein grosses Leben geben. Und jetzt bist pensioniert seit zwei Jahren. Du wirkst so aktiv und so Energie geladen neben mir. Kannst du überhaupt umgehen mit dem Pensioniert sein? Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Erst einmal meine Frau hat uns am gleichen Tag pensioniert, von langer Hand so geplant, obwohl meine Frau zwei Jahre jünger ist. Wir haben gewusst, dass es kommt, wir haben uns auch darauf gefreut, weil das hat viele schöne Seiten. Es ist auch so, dass viele schöne Seiten des Berufs weg gehen, aber viele harte Seiten des Berufs auch weg gehen, nämlich diese grosse Verantwortung, diese ganze zeitliche Belastung, weisst du, jeden Tag im Leben, um viertel, fünf Uhr aufstehen, arbeiten, um abends, um acht, neun, zehn, elf Uhr irgendwie so wieder heim zu gehen, das ist ein harten Brocken über Jahrzehnte hinweg. Also man darf sich auch darauf freuen und sagen, diese Last ist jetzt mal weg, jetzt können wir auch ein bisschen mehr leben. Und ich glaube, meine Frau und ich immerhin beide sehr befriedigende, reiche, erfolgreiche Laufbahnen gehabt, mit viel Wertschätzung, mit viel Anerkennung, mit viel innerer Befriedigung auch, dass es glaube ich, wie es wirklich nicht gefallen ist zu sagen, an das so passt hat, irgendwie. Und jetzt gehen wir in ein neues Leben hinein und das haben wir gemacht und bis jetzt funktioniert das gut, wie du sagst, es sind bald zwei Jahre, sind wir pensioniert und es ist immer etwas los, mit den Glitter und der Covid, weil das Sozialleben sozusagen ausgelöscht, hoffentlich wird es jetzt besser nachhaltig, aber mit vielen Ideen und haben einiges davon schon umgesetzt, andere Sachen und ich glaube, es wird uns nicht langweilig werden. Ich glaube auch nicht, dass dir langweilig wird, du bist ja sehr engagiert im kulturellen Bereich drinnen, da müssen wir vielleicht noch kurz darüber reden, wie kommt das, du bist ein ausgebildeter, klassischer Sänger und Chirurg gleichzeitig, warum hast du das ruhige Handleben zurückgehalten und überleitet, dem extrovertierten Opernsängerleben vorzogen? Es ist schwierig zu verstehen. Das war ein schwieriger Prozess, der hat sich über Jahre hingezogen. Es war ein Prozess, der sehr darauf ausgeliebt war, zu schauen, wo die Befriedigung, die qualitative Erfolgsleistung sicherer und besser eintreffen, Medizin oder im Singen und am Schluss war eine Mischung aus Kopf und Bauch entscheidend, ein bisschen mehr Kopf für die Medizin, weil dort habe ich gespürt, das funktioniert praktisch sicher. Beim Singen hatte ich den Eindruck, ich müsste noch ein Jahr oder zwei, vielleicht sogar drei investieren, um die Stimme reifer werden zu lassen, erste Engagements zu haben, natürlich an kleinen Häuser und so weiter und so weiter und dann geht es dann eventuell gut, hätte ja sein können, oder auch nicht so gut und das wäre dann ein Absturz in eine miserable Situation gewesen, für das bin ich irgendwie zu ambitiös und dann habe ich gesagt, gut, also vielleicht haben wir zwei Leben, im ersten mache ich jetzt Medizin und die Musik und so weiter ist im Hintergrund vorhanden, aber zweitrangig und im zweiten Leben mache ich Musik. Eben, du bist sehr engagiert, man merkt auch, dein Herzblut ist absolut da für die Kultur und du bist auch dabei bei Kreakulturen, das ist so, kann man schon sagen, ein Gesamtförderverein für Kultur, der zum Beispiel junge Chöer unterstützt, etc. Und was mir aufgefallen ist, auf jedem Bild hast du diesen Schal an, den du heute wieder an hast, ist das so ein bisschen der bunte Schal, soll das auch zeigen, du bist für eine vielfältige, für eine offene Kultur, oder was hat es mit dem Schal auf sich? Also, verschiedene Sachen, aber du hast ein paar gesagt, Vielfarbigkeit ist mir wichtig, weil das ist das Leben, mindestens mein Leben, und das kommt da irgendwie ein bisschen zum Ausdruck. Und das andere ist, die Schäle sind irgendwie angenehm zum Anlangen, angenehm zum auf der Haut haben, dass sie im Wind so ein bisschen spielen, das liegt mir irgendwie, das ist angenehm, das finde ich gut. Das ist nicht geplant als Brand, sondern das hat sich irgendwie seit vielen so ergeben und ist nach wie vor so und bleibt wahrscheinlich so. Vielleicht kann ich so gerne Schal an im Sarg, wer weiß. Aber hast du auch so operiert? Sepp nicht, oder? Nein, nein. Aber unten drinnen angekommen? Nein, Sepp nicht. Aber ich bin im Spital eigentlich immer in Zivil gekleidet gewesen, durchaus immer auch mit Schal oder fast immer. Und das war etwas, was zum Beispiel die Eltern sehr gerne hatten. Und die Kofen hatten das auch gerne gehabt. Die haben auch gerne eine Schal angegangen, ein bisschen gespielt mit ihm, haben Freude gehabt, dass da nicht ein Doktor weisse Dings und Stethoskop und Hämmerli und das war nicht meine Sache. gewesen. Und das ist dein Markenzeichen? Absolut. Also, so erkennt man dich definitiv. Es wurde ein Buch herausgegeben, das heisst «Operation am Ungeborenen». Es wurde von drei Journalisten geschrieben, die dein Leben beschreiben, deine Fortschritte, die du gemacht hast in der Medizin, deine Pionierarbeit. Und ich möchte etwas unseren Hörerinnen und Hörern aus diesem Buch vorlesen. Und zwar hast du als 13-jähriger Bub offensichtlich schon ein Fäbel gehabt, deine Eltern herauszufordern. Ich lese es mal vor, du hast einen Vertrag ausgehandelt, dass ein Farbfernsehgerät gekauft wird, wenn meinerseits – und jetzt bin ich schon am Zitieren – es ist wirklich ein Vertrag, man kann es schriftlich im Buch sehen, wenn meinerseits ein gutes Verhalten bis 1. September 1969 als Probezeit, auch über diesen Zeitpunkt hinaus, geschlossen, zugrunde liegt. Und dann kommen deine Vorschläge, die du offensichtlich deinem Vater gemacht hast, um ihn motivieren. Da werden Besserungspunkte aufgelistet, und zwar Besserung im Allgemeinverhalten, keine frechen Antworten mehr, dann ist es weitergegangen, kleine Gefälligkeiten ohne Diskussion, die Kleider nicht mehr fahrlässig beschmutzen, mehr schöner und etwas langsamer essen und dann unten wie bei einem echten Vertrag die Unterschrift von deinem Vater, wenn es mir recht ist, und von dir. Was bist du für ein junger Typ gewesen, wie bist du darauf gekommen, so etwas zu machen? Hast du einfach so viel Zeich gemacht, dass es die letzte Möglichkeit war? Zeiches? Ja, ich war natürlich schon ein wilder Typ und nicht immer ganz so nicht zu kontrollieren, mit sehr viel Energie und irgendwie viele Flausen im Kopf und so weiter und so fort. Und diese, sagen wir mal, vulkanische Temperamentslage hat natürlich in der Peripherie auch immer wieder so Kollateralschäden gegeben, mit Sachen, die kaputt gegangen sind, die nicht gut gewesen sind, die schmutzig geworden sind und so weiter. Und wie ich auf die Idee komme, weiss ich nicht mehr so ganz genau, aber ich weiss noch ganz genau, dass ich den Vertrag geschrieben habe auf einer Schreibmaschine, das ist glaube ich da. es ist wirklich eine Schreibmaschine abgedrückt. Den ich zum Geburtstag gekriegt habe von meinen Grosseltern und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich muss da irgendetwas formelles, nachhaltiges, zuverlässiges schaffen und habe dann also so quasi erfunden, indem ich den Vertrag gemacht habe und das hat gehalten, also meine Eltern haben wir es gelesen. Ich habe noch eine Frage, ist das je unterschrieben worden, weil er ist ununterschrieben im Buch. Jawohl, der ist unterschrieben worden. Der Fernseher ist gekommen. Der Fernseher ist gekommen. Oder vielleicht habe ich es falsch im Kopf. Und der Fernseher ist dann gekommen und den Vertrag gehalten bis zum heutigen Tag. Ja, das ist ein bisschen andere Frage, das ist jetzt ein paar Jahre ins Lernen geflossen. Aber prinzipiell war es schon so, dass es von mir ernst gemeint war. Weisst du, nicht einfach so tun als ob und so. Und meine Eltern haben das durchaus auch ernst genommen, haben vielleicht ein bisschen sich zugezwinkert und gesagt, ja, schauen wir mal, wie es dann wirklich rauskommt. Ganz sicher. Aber jedenfalls, das ist etwas gewesen, was existiert hat und was seinen Effekt gehabt hat und wo vielleicht schon ein bisschen speziell war für so einen Teenager. Und weisst du, damit sind wir bei der Schlussfrage, ich habe das Gefühl, das hat sich eben schon dann angefangen herauszukristallisieren und hat sich dann immer durchgezogen. Du bist einfach ein überdurchschnittlich Ambitionierter gewesen, der immer über die Grenze herauswollen und Pionierarbeit leisten und darum hast du sogar schon mit 13 oder so einen Vertrag aufgesetzt, was sonst niemand gemacht hat. Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist richtig. Und das ist auch schön so. Ich glaube, das ist richtig und schön und es ist nicht falsch. Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2021. Martin, merci vielmals, bist du da gewesen im Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, vielen Dank für die Einladung. Es war ja für Genüge, dieses Gespräch zu führen. Danke. Und merci sind auch ihr dabei gewesen und haben zugehört oder zugeschaut. Ihr könnt den Podcast selbstverständlich abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts. Alle Folgen übrigens nochmal zusammengestellt gibt es auf ökk.ch schrägstrich Podcast. Ganz viele Fragen beantworten wir dort und würde mich freuen, wenn ihr dann auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heisst Allegra, der Podcast im gesunden Bündnerverstand. oder? Dann